Alles drauf! Hey cool! Du gehst dann auf die Bremse oder lässt einfach Gas los? Kommt drauf an wie er halt gerade hängt. Wir müssen mal einen richtigen Jumping kriegen. Guck mal wie weit das fliegt. Geil, das ist gerade mal. Guck mal. Guck mal. Ja von hier kriegst du glaube ich nicht genug Speed. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. So einen richtigen Leiderjumpf machen.